Im heutigen Video schauen wir uns mal exogene Ketone an. Also lohnt es sich Keto-Salze zu konsumieren, Keto-Esta zu konsumieren, viel Geld auszugeben? Stimmen die Werbeversprechen, dass man davon schneller abnimmt, schneller in Ketose kommt, vielleicht sogar mehr sportliche Leistung bringt? Man sieht, wenn man mal danach sucht, jetzt bei Google, hier verschiedene Produkte. Salze gibt es da, da gibt es Himbeerketone, die was ganz anderes sind und völliger Quatsch. Aber man sieht da natürlich vorher, nachher Bilder und so weiter und so fort. Stimmen diese Geschichten jetzt? Es gibt eine Untersuchung, eine Meta-Analyse, die das jetzt mal an Sportlern untersucht hat. Und ich sage euch gleich, warum das sogar eine Ketose behindern kann, wenn ich solche Dinge dann nehme. So, wir gucken uns erstmal an, wie es aussieht mit der Studie, die ich gerade angesprochen habe. Und zwar ist das eine Meta-Analyse. Diese Meta-Analyse hat hier acht verschiedene Studien herangezogen, insgesamt mit 77 Männern und drei Frauen. Da muss man sagen, die Frauen sind da schon unterrepräsentiert. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, acht Studien mit insgesamt 80 Menschen, dann sind das pro Studie auch gerade mal zehn. Das ist schon extrem wenig, um da überhaupt etwas Sinnvolles nachweisen zu können. Aber nichtsdestotrotz wollte man gucken, ob man die Ausdauer mit diesen exogenen Ketonen wirklich verbessern kann. Ja, insgesamt fand man raus, dass es keinen signifikanten Unterschied gab zwischen den zugeführten Ketonen und entsprechend den Kontrollgruppen. Klar, kann man jetzt auch noch Unterschiede machen, waren diese Menschen überhaupt ketogen, haben sie sich vorher ketogen ernährt oder, oder, oder. In den häufigsten Fällen sind es ganz normale Menschen, die sich ganz normal westlich ernähren, Ketone zuführen und dann dadurch einen Mehrwert haben sollten. Haben sie aber nicht. Ja, und das sind ja auch die Werbeversprechen, die gemacht werden. Nimm einfach hier Ketosalze oder dieses Produkt von mir und dann kannst du schneller in Ketose kommen. Gut, grundsätzlich ist es so, dass insgesamt, wenn man sich das Ganze anguckt, dass diese Monoester, die deutlich teurer sind, die gibt es da meistens flüssig und die schmecken tatsächlich wie Benzin oder so einen Scheiß. Die Dinger, die bringen für euren Ketonenlevel im Körper, bringen die deutlich mehr. Das heißt, dass eure Werte im Blut ansteigen mit diesen Monoestern, aber diese Ketosalze, diese Precursor, die hier gemeint sind, die bringen dann deutlich weniger. Das ist also meistens Geldverschwendung, diese Salze eben zu benutzen. Jetzt zeige ich euch aber, warum es grundsätzlich schon mal Quatsch ist, Ketone von außen zuzuführen. Es ist nämlich im Prinzip ganz einfach. Die Muskeln, Mitochondrien können im Endeffekt natürlich Kohlenhydrate, Fett und Ketonkörper verbrauchen. Sie können zum Beispiel auch noch Alkohol verbrauchen, könnte man jetzt auch noch hier zunehmen. Und diese Mitochondrien, der Muskel, der bildet daraus Energie. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, ja gut, wenn ich jetzt die Ketonkörper zuführe, dann ist es ja so, dass der Muskel die benutzen kann und dann bin ich ja schneller in Ketose. Meine Blutwerte sind höher und so weiter und so fort. Aber das ist ja sowieso nicht unser Ziel. Es ist ja nicht das Ziel, möglichst viele Ketonkörper zu haben, damit der Muskel die verbrennen kann, sondern am Ende wollen wir ja die Kohlenhydrate reduzieren, minimieren, damit der Körper am Ende die Fette hauptsächlich benutzt, um die Mitochondrien noch weiter auszubauen, um hier noch besser am Ende die Fette zu verbrennen und dadurch eben das Gleiche an Energie zu produzieren. Ketonkörper spielen natürlich auch eine Rolle, die können auch genutzt werden, aber in den seltensten Fällen dann eher von der Muskulatur, sondern die haben dann eher im Gehirn und Nerven und so weiter eine größere Rolle. Und jetzt muss man sich eine Sache vorstellen. Nehmen wir an, ich ernähre mich ganz normal westlich. Ich bin jetzt jemand, der möchte diese Dinge nehmen, um schneller in Ketose zu kommen oder sonstiges. Ich habe einen Kohlenhydratspeicher in der Leber, ich habe einen in der Muskulatur und so weiter. Nehmen wir mal an, der wäre 300 Gramm. So, ich habe 300 Gramm Kohlenhydrate in meinem Körper. Jetzt ist es so, dass ich obendrauf, obwohl die Speicher ja noch voll sind, jetzt schütte ich obendrauf hier diese Ketosalze. Jetzt erhöht sich im Blut natürlich mein Ketonwert und der Körper nutzt jetzt diese Ketone auch zur Energiegewinnung. Die Kohlenhydratspeicher greift da jetzt aber nicht an, weil ich jetzt auf einmal natürlich die Ketonkörper da habe. So, was passiert denn jetzt? Die Kohlenhydratspeicher bleiben hoch und der Körper stellt dann eben nicht auf Fettverbrennung um. Er hat jetzt eine zusätzliche Energiequelle von außen zugeführt, die er jetzt nutzen kann. Genauso wie, wenn ich Alkohol trinke. Das heißt, Keto könnte auch quasi Alkohol sein. Dann benutzt der Körper halt erst das und spart sich hier alles. Jetzt ist es so, solange diese Speicher aber hier voll sind, hier oben, da wird der Körper nicht umstellen auf Ketogen, selbstständig Ketonkörper zu bilden. Denn erst wenn der Speicher hier oben, wenn der niedrig genug ist, gerade in der Leber, dann fängt der Körper an, eben Ketone selbstständig zu bilden, die Fettverbrennung auszubauen und dann eben die Muskulatur auch anzupassen. Das heißt, das Ziel einer wirklichen Ketose oder der ketogenen Ernährung ist es, im Endeffekt die Kohlenhydratspeicher hier zu minimieren, damit der Körper den Rest eben selbstständig ausbauen kann. Wenn ich aber von außen Ketonkörper zuführe und das hier nicht vermindert werden kann, der Speicher, dann bringt mir doch der ganze Käse gar nichts. So, dann habe ich von außen wieder nur Kalorien zugeführt, genauso wie Alkohol, die der Körper einfach verbrennt. Mit Ketose selbst hat das nichts zu tun. Wenn ihr jetzt diese Ketonkörper wieder aus eurer Ernährung rausnehmt, dann ist es natürlich so, dass der Körper wieder hier die Kohlenhydratspeicher von 300 Gramm benutzt. Und dann seid ihr auf einmal wieder raus aus der Ketose. Also ihr geht dann rein, raus, rein, raus. Nur weil eure Werte höher sind, heißt das noch lange nicht, dass ihr in Ketose seid oder dass ihr ketogen adaptiert seid. Denn das Ziel ist es ja am Ende nicht hohe Ketonwerte zu haben, sondern entsprechend ketogen adaptiert zu sein. Und das ist natürlich dann entsprechend die Geschichte, warum ich das einfach nicht empfehle. Also, wenn ihr euch ketogen ernähren wollt, wenn ihr schnell in Ketose kommen wollt, wenn ihr schnell ketogen adaptieren wollt, ist das erste Ziel, was ihr erreichen müsst, die Kohlenhydratspeicher hier zu minimieren. Ich kann natürlich dann, wenn ich das gemacht habe, nehmen wir mal an, ich mache ein hartes Training jetzt, einen Tag lang, wo ich dann wirklich mal ein, zwei Stunden richtig baller, Ganzkörpertraining mache. Meine Kohlenhydratspeicher sind leer. Dann kann ich natürlich vielleicht anfangen und sagen, okay, dann nehme ich nach dem Training, nehme ich vielleicht ein paar Ketonkörper, um das hier so ein bisschen abzufangen und um da eventuell dem Gehirn ein paar Ketonkörper extra zuzuführen. Das könnte man ausprobieren, aber es soll ja auch das Ziel sein, dass der Körper das hier unten selbstständig hinbekommt. Also, ich kann den Körper natürlich so ein bisschen unterstützen, das kann ich aber auch günstiger machen mit MCT-Öl, mit Kokosöl oder ähnliches. Und da kann ich dann schon ein bisschen da reinhauen und dann bildet der Körper aus den mittelkettigen Triglyceriden auch deutlich einfacher Ketonkörper. Also, ich hoffe, man hat das jetzt verstanden, warum das jetzt nicht bedeutet, nur weil ich diese Keto-Salze nehme, dass ich dann schneller in Ketose komme oder Sonstiges, weil in Ketose zu kommen, Ketogen zu adaptieren, Fettverbrennung auszubauen und ähnliches, bedeutet am Ende, die Kohlenhydratspeicher so weit leer zu haben, dass der Körper eben selbstständig umstellt. So. Man kann natürlich viel experimentieren, ausprobieren und solche Geschichten, aber am Ende kosten diese Packungen dann 2 Euro und ihr müsst da am Tag irgendwie 5 Stück von nehmen oder ähnliches. Dann braucht ihr eigentlich noch diese Monoester, damit das halt wirklich eine gute Wirksamkeit hat und dann steht ihr am Ende da, habt sehr viel Geld ausgegeben. Im Endeffekt dann, ja, wofür? Es ist natürlich schwieriger so, ja, das heißt, man muss sich dann 1-2 Tage wirklich am Riemen reißen, bis der Körper umgestellt hat, bis dann eben solche Sachen wie Kopfschmerzen und so ein bisschen besser geworden sind, aber es funktioniert dann auch so. Und wenn euch das dann interessiert, dann schaut einfach mal bei mir im Coaching vorbei, holt euch meinen Keto Quickstart, da findet ihr dann eine Anleitung, wie ihr umstellen könnt, einfach das Buch. Ansonsten helfe ich euch natürlich gerne mit einem Ernährungsplan. Ihr findet auch auf danielpugge.de, findet ihr vorgefertigte Ernährungspläne, die ihr dann noch ein bisschen günstiger bekommt. Und damit könnt ihr eben eine ketogene Ernährung einfach gestalten, einfach umsetzen und müsst dann nicht nochmal extra Geld ausgeben, sondern könnt das mit ganz normalen Nahrungsmitteln, die ihr überall eben auch bekommt. Gibt immer hier und da ein paar kleine Tricks, die man machen kann. Wenn ihr das ausprobieren wollt, macht es gerne, aber wie gesagt, gebt da nicht so viel drauf und fallt nicht auf irgendwelche Versprechen rein. Das kann dann eben auch teuer werden. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, ob ihr selber mal sowas ausprobiert habt. Ansonsten schaut auch gerne auf Patreon vorbei, da könnt ihr mich unterstützen oder eben auf pugge.coach, danielpugge.de. Die ganzen Internetseiten findet ihr unten drunter. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen ketogenen Tag. Dieses Video wird präsentiert von pugge.coach, deiner Internetadresse für höchst individuelle und professionelle Ernährungspläne und Coachings. Das Video ist Philips. Und das Video heißt,